Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Boilsters Video. Heute werde ich auf einen Boilthog reagieren, den jemand erstellt hat. Und werde euch dann erzählen, was alles passiert ist. So, let's go. Neuste Dine, Titel, Ball TV 2.0 und mehr. Okay, als erstes haben wir eine Box, wo eine 50-50 Chance ist, 50% für nur oder 50% für nichts zu ziehen. Coole Box, sieht geil aus. Dann, als nächstes, das ist sehr interessant. Man kann sich für 300 Gold, also 300 Münzen, einen Tag lang diesen Skin spielen. Wie ich das hier verstehe. Als nächstes ist eine Brawlersuche. Das kann ich auch manchmal gebrauchen. Als nächstes ist ein Ball TV 2.0. Das heißt, man kann Replays angucken. Wenn man gerade keine Zeit hat, kann man das nochmal angucken. Hm, eigentlich nice. Dann hier, dass man mit Freunden zusammen Maps erstellen kann. Das wäre echt geil. Da freue ich auf alle Fälle. Dann, dass man nicht habe, wer steuern kann. Attacke und noch irgendwelche andere. Supergeil. Supergeil. Dann eine neue Animation für den neuen Piper Skin. Ja, sieht geil aus. Und dann, dass man den alten Jessie Skin gratis bekommt. Und dann, wenn dem Skin, ja, dass man wenn den Skin tippen kann und dann mit irgendeinem Skin von Spike zum Beispiel eine Runde geht. Finde ich auch, gell. Dann hier, sehr interessant, das habe ich schon mehrmals angesprochen, von YouTubern und so, dass man abstimmen kann, welcher Map als nächstes kommt. Hm. Und das nächste, das war ich jetzt auch nicht im letzten Derby Team. Da war ich auch nicht was wieder mit meinen. Ja. Und das war's schon mit dem Balltalk. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ich nochmal auf irgendeinem Balltalk reagieren soll, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann, ciao, ciao.